Guten Morgen zur Wochenmitte heute am Mittwoch 9. März 2021 mit mir Andreas Bernstein und den Blick auf den DAX, der gestern noch einmal zulegen konnte und deswegen spreche ich heute ein wenig von Nachwehen, wie das Dokument hier, die Tagesanalyse, die es übrigens auf bernecker1977.de zu abonnieren gibt. Ja, die Nachwehen nahmen deutlich ab, also als ob quasi die größte Strecke schon überwunden war. Am Montag das neue Rekordhoch bei 14.404 Punkten und gestern noch einmal der Nachsatz bis 14.475. Eigentlich keine große Differenz. Insofern stellt sich die Frage, ob die Konsolidierung heute kommt. Doch zunächst blicken wir auf den Dienstag. Er war weiter im Zeichen der Aufwärtsbewegung. Es gab am Morgen eine kleine Korrektur, die fiel jedoch nicht besonders groß aus. Nur rund 90 Punkte quasi unter dem Rekordhoch vom Montag, notierte sie. Und wenn man den Montag sich vor Augen hält mit 460 Punkten anstieg, dann war das durchaus gering. Also da hätte auch mehr passieren können auf der Unterseite. Letzten Endes gab es eine Unterstützungszone, also darunter fiel der Markt nicht merklich. Die Unterstützung im DAX ist hier am Dienstag klar skizziert und die gesamte Tagestendenz war damit aufwärts gerichtet. Also wir hatten auf der Oberseite immer mal wieder ein neues Rekordhoch. Hier sieht man es ganz deutlich in der Mittagszeit. Auch da bin ich entsprechend als Trader aktiv gewesen, aber da war nicht viel zu holen. Ein paar Pünktchen mehr konnte man hier quasi nicht aus dem Markt auf der Short-Seite herauspressen. Auf der Long-Seite übrigens auch nicht, denn die Gegenbewegungen waren durchaus innerhalb dieser Tendenz, innerhalb dieses aufsteigenden Dreiecks sehr, sehr gering. Ja, der DAX ist damit weiter für mich im Rekordfieber. Aber wie ich schon sagte, die Volatilität nimmt ab und das Ganze werde ich jetzt hier aufzeichnen. Jeden Morgen bis 8 Uhr auf YouTube. Das ist meine persönliche Challenge, dass ich das hier hinbekomme nach der Morgenanalyse, nach dem Versand der E-Mail. Falls du das Ganze schriftlich bekommen magst oder schon bekommst, kannst du das noch einmal auf YouTube, wie hier gerade zu sehen, nachvollziehen. Die Trading-Ideen zur Wochenmitte sind klar skizziert. Also es gibt den Raum für eine Konsolidierung, denn wenn man die Aufwärtstendenz ab dem Montagskonsolidierungsniveau, was hier stattfand, dem Dienstagstief und so weiter vollzieht, ist diese Trendlinie skizziert durch steigende Tiefs, aber nur leicht steigende Hochs. Also es zieht sich so ein bisschen zusammen und wenn wir hier rauskippen würden zum Xetra-Start, dann wäre Raum für eine Konsolidierung aus meiner Sicht bis 14.380 Punkte gegeben. Was macht die Vorbörse? Die zeigt zumindest, dass wir keine neuen Rekordhochs in der Nacht hatten. Also bei JFD und auch bei anderen Brokern natürlich, die hier Indikationen auf Basis des Future-Kurses abbilden, waren wir nicht über der 14.475. In dem Bereich hat sich der Markt ein Stück weit festgefahren gestern Abend, auch wenn die Nasdaq stark reversalte und der Dow schon sogar punktgenau auf das Hoch vom Montag aufsetzte. Also eine kleine Konsolidierung im Nachthandel, wie das Ganze jetzt morgens aussieht, das werden wir gleich auf der LS-Exchange-Seite sehen und die Konsolidierung könnte damit weitergehen bis zu dieser Aufwärtstrendlinie, die ich eben gezeigt hatte. Man könnte sie auch nochmal hier anlegen. Also hier kommt quasi die Aufwärtstrendlinie zusammen mit dieser Unterstützungszone aus dem Vortag und das Tief vom Vortag war dann die 14.309. Die sollte man im Auge behalten, denn darunter wird es richtig haarig, kann es haarig werden. Also hier sind all diejenigen, die in dem oberen Bereich hier noch einmal in Aktien eingestiegen sind, vermutlich ernüchtert und würden ihre Position dann auch wieder auf den Markt werfen. Also das ist so ein Dreh- und Angelpunkt für denjenigen, der auf eine größere Konsolidierung setzt. Der sollte abwarten, ob wir hier nach unten durchgereicht werden oder ob wir hier schon wieder aufgefangen werden und dann vielleicht bestehende Short-Positionen, die durchaus noch im Markt sind, wie ich von einigen Freunden und Tradern aus meinem Umfeld gehört habe, dass die hier noch im Markt sind, Short und darauf setzen, dass wir dieses Ausbruchsniveau nochmal testen bei der 14.197. Die sollten dann sobald die Konsolidierung hier als solche abgeschlossen ist und der Markt wieder nach oben tendiert aus der Position rausgehen, denn dann drohen weitere Hochs. Das ist natürlich nur meine Ansicht. Es bleibt spannend, wie die Markteröffnung hier verläuft und was vor allem Ingmar Königshofen dazu sagt, 8.10 Uhr habe ich ihn als Talkgast hier bei Twitch. Werde das Livestreamen und das LS-Exchange-Video dazu parallel mit ihm abdrehen. An Wirtschaftsdaten ist heute Morgen gar nichts zu erwarten. Erst am Nachmittag, 13.30 Uhr, kommen die Verbraucherpreise aus den USA auf den Tisch. Die Kernrate, Ex-Nahrungsmittel und Energie und so weiter und 20 Uhr dann das monatliche Budget-Statement aus den USA. Das sind die Daten, die uns heute noch beschäftigen dürften. Damit wünsche ich uns allen natürlich viel Erfolg und wir schauen vorab, bevor der Erfolg losgeht, noch einmal auf die Vorbörse auf der LSX-Seite und die habe ich mir hier auch schon aufgerufen auf den Monitor. Da ist noch gar nicht viel zu sehen. Wir haben auch noch nicht 8 Uhr und daher 14.400 und ein paar Punkte steht er. Also da ist die Indikation bei JFD etwas tiefer gewesen, gerade rund um diese Marke. Das wäre übrigens das montags Xetra hoch, eröffnet der Markt wohl gleich seine Pforten und da darf man gespannt sein, wie der Handel sich weiter vollzieht. In diesem Sinne, bleib gesund und erfolgreich, dein Bernecker 1977. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.